Hallihallo ihr Lieben! Ich wünsche euch einen zauberhaften Montag und wie soll es auch anders sein. Ich habe wieder ein Einhorn-Hall für euch. Es sind wieder wunderschöne Sachen bei mir eingetrudelt, die ich euch unbedingt zeigen muss. Und ich würde sagen, wir starten und zwar erstmal mit den kleineren Sachen. Zuerst einmal habe ich hier ein Schlamper-Täschchen. Sagt man das nicht so? Schlamper-Mäppchen oder so ähnlich. Ich meine, wie geil ist das denn? Und die ist auch richtig groß und da freue ich mich richtig. Die ist einfach mal richtig geil. Wunderschön, oder? Die ist auch echt groß. Da passt also einiges rein. Und wenn die gefüllt ist, sieht die auch ein bisschen besser aus, weil die fällt jetzt noch so ein bisschen in sich zusammen. Die kann man halt so wirklich schön zusammenlegen, sage ich mal. Die kam auch so an. Aber wenn die denn gefüllt ist, dann bleibt sie auch so, wie sie sein soll. Und ich finde die einfach mal toll. Da können einige Stifte rein oder eben auch andere Sachen. Und wie immer, das sage ich gleich am Anfang, werde ich euch die Links zu den einzelnen Sachen in der Infobox verlinken. Da wird ja immer ganz viel gefragt, was mich natürlich sehr freut. Denn wir haben hier mehrere Einhorn-Fans. Ich bin also nicht die Einzige, die ein bisschen irre ist. So, weiter geht's. Wir haben hier was Süßes, total schnuckelig. Das ist ein Mini-Klein. Und zwar haben wir hier wieder eine Schoki. Die ist ganz klein. Ihr kennt ja die großen davon. Mittlerweile kennen die ja eigentlich alle. Davon habe ich auch einige. Und das ist eine ganz, ganz kleine. Die kommt auch in die Küche, in meine Sammlung. Und wir haben das. Das ist auch was Süßes. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ja, finde ich total niedlich. Und das werde ich mir auch hinstellen. Rettet die Erde. Sie ist der einzige Planet mit Keksen. Ja, sehr, sehr süß. Ja, diese Einhorn-Sachen sind einfach zuckersüß. Und dann, oh mein Gott, ihr wisst ja, ich sage es nochmal, diese Badezimmerartikel haben es mir ja insbesondere angetan. Damit habe ich ursprünglich angefangen. Und ich habe bei Ebay ein mega geiles Duschgel entdeckt. Oder war das Amazon? Amazon oder Ebay? Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, ich verlinke euch die Sachen in der Infobox. Und das ist so, so süß. Tada! Ja, richtig, richtig geil. Das habe ich so draußen noch nie gesehen. Also ich habe keine Ahnung, wo man das bekommt. Ich habe es online entdeckt und musste das unbedingt haben. Da gibt es noch ein anderes. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar. Ja, das werde ich sicher hoffentlich auch noch haben. Irgendwann, bald, hoffentlich. Und das ist ja wohl mal richtig toll. Das ist auch eine ziemlich große Tube. Und Lemon und Papaya riecht auch richtig gut. Fruchtig, sommerlich. Aber mir geht es ja am allermeisten natürlich um diese wunderschöne Verpackung. Oh mein Gott! Ja, ich habe mittlerweile echt einiges an Duschgel, Einhorn-Duschgel. Und ich freue mich immer, wenn ich etwas entdecke, was ich einfach noch nicht habe. Also ja, die Sachen, die man jetzt so draußen bekommt, die es halt mal im Kick gab oder im Teddy oder wo auch immer. WM. Ja, die hat man halt. Und die haben viele. Aber so bestimmte Sachen, die man nur online bekommt, die hat eben nicht jeder. Also das sieht man dann eben auch nicht so oft. Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. So. Wie gesagt, ich verlinke euch die Sachen. Ich packe das mal so hin. Obwohl stehen sieht besser aus. Ihr sollt das ja auch sehen. Ja, das ist alles wichtig. Nee, das will aber jetzt nicht stehen auf meinem wackeligem Untergrund hier. Okay, dann machen wir es so. Weiter geht's. Und zwar. Das ist ja wohl mal ultra, ultra süß. Das ist einmal für mich und einmal für meine Freundin. So niedlich. Ja. Und zwar ist das hochwertige Bio-Schokolade. Bio-Vollmilch-Schokolade. Aber wir werden es ja eh nicht spachteln. Wir stellen uns das tatsächlich hin. Und das ist einfach so süß. Ja, da bekommt meine Freundin eins. Weil, ja. Best Friends. Gelle, meine Süße. Wir werden uns wahrscheinlich noch um die Farben streiten. Hm. Rosa und blau. Ich würde natürlich zu rosa tendieren. Wobei blau auch gut in die Küche passt. Denn da habe ich auch schon einige blaue Einhorn-Sachen. Und ich stelle mir das in die Küche. Ja. Also total zauberhaft süß. Süß. Äh. Süß. In der Tat. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie es weitergeht. Oh ja. Oh mein Gott. Ich habe, ähm, mir ein Portemonnaie gekauft. Ich suche schon länger ein Einhorn-Portemonnaie. Ich wollte unbedingt ein Einhorn-Portemonnaie. Und, ähm, dann habe ich, ähm, rausgefunden, dass es bei Kolosseum Einhorn-Portemonnaies gibt. Und bin spontan da schnell hingefahren. Ich musste erst mal schauen, ob wir ein Kolosseum in Berlin haben. Ich wusste es in der Tat nicht. Und Gott sei Dank haben wir auch einen, ähm, hier sogar in der Nähe. Was heißt in der Nähe? Es geht aber, äh, ich bin dann echt spontan noch hingedüst am späten Nachmittag. Und ich habe Glück gehabt, denn es gab wirklich nur noch eins. Und ich bin sowas von verliebt. Das ist der Kracher. Also gekauft bei Kolosseum. Also nicht online. Und, ähm, hat gekostet 5,99 Euro. Ja. Ich habe zwar jetzt eins mit, ähm, mehreren Fächern. Ich muss mal gucken, ob ich damit hinkomme. Ich habe, ähm, ja, ein, ähm, ähm, ich komme jetzt gar nicht aus. Michael Kors, glaube ich. Ähm, natürlich unechtend. Aber das ist ein echt geiles Teil. Das habe ich mir damals auch bestellt. Aber ich möchte jetzt einhorn. Und, ähm, ja, bei Michael Kors habe ich halt zwei, äh, äh, zipper. Also das ist jede Menge Platz. Und hier muss ich jetzt mal gucken, ob ich mit dem Platz hinkomme. Was ich doof finde, ist, ähm, dass die halt hier so ein... dieses Ding hier drin haben. Seht ihr das? Also das ist ja wohl mal richtig störend und da muss man sich das jetzt hier mal irgendwie rausschneiden. Also wir haben hier Kartenfächer. Also wir haben hier oben ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Wir haben hier, genau, hier sieht man das ganz gut. Wir haben hier ein komplett großes Fach und dann haben wir hier sechs, nee, sechs sind das nicht, ne? Eins, zwei, drei, vier. Also wir können hier im Grunde nur vier Karten reinpacken. Dann haben wir hier ein Fächeln und dann haben wir hier für Kleingeld. Das Fach finde ich relativ eng. Das ist bei meinem auch ein bisschen besser, aber gut. Ich wollte halt was mit Einhorn, ne? Und dann haben wir hier nochmal, ähm, auch nochmal auf der anderen Seite auch das Gleiche. Wir haben hier ein großes Fach und nochmal Platz für ein, zwei, drei, vier Karten. Naja, ich glaube, das wird ein bisschen eng, aber egal. Hauptsache es ist nur Einhorn drauf. Total bescheuert. Ich weiß, aber das ist einfach mal total das geile Teil. Das fühlt sich auch gut an. Also der Reißverschluss ist jetzt auch nicht so, so leichtgängig wie mein anderes. Aber es geht. Also es bleibt hier schon mal hängen. Aber gut, mein Gott, es kam 5,99 Euro und ich finde es so, so süß. Oh mein Gott, ist das süß. Also da freue ich mich total. Es ist richtig schön, dass ich es noch bekommen habe. Gibt es im Kolosseum. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit den größeren Sachen. Ich habe Klamotten, oh mein Gott, und ich sage euch, oh mein Gott halt, ne. Was soll ich sagen? Oh mein Gott. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Also als ich das gesehen habe, war ich sofort sowas von verliebt. Ich kann euch ja gar nicht sagen, wie sehr. Schaut euch das an. Das ist ein richtig geiles Oberteil. Und das ist auch vom Schnitt ganz cool. Ja, wie soll ich das erklären? Moment, ich packe das mal irgendwie hin. Ich glaube, ihr seht das so jetzt nicht so gut. Ich mache das mal anders. Versucht das mal so hinzulegen, dass ihr das auch ein bisschen besser seht. Also wir haben hier ein Kapuzen-Shirt. Das ist auch vom Stoff ein bisschen was dünner. Und das ist weiter geschnitten, wie ihr seht. Also das ist vom Schnitt wirklich so 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 ein bisschen Oversize. Und hinten ist es auch ein bisschen länger gemacht. Das ist immer ganz gut so für Leggings oder so, ne. Dass der Po bedeckt ist. Vielleicht seht ihr das. dass es hinten auf jeden Fall länger ist. Und das ist halt auch hier so schön rund geschnitten. Ansonsten werde ich mal gucken, ob ich ein Foto hinbekomme, ein gutes, was ich dann einfach hier mit dran hänge. Das wäre natürlich eine Option, damit ihr das einfach mal seht. Und das Motiv ist so, so cool. Ja. Ich würde da jetzt noch entweder ein Langarmshirt runterziehen, kann man natürlich machen, oder noch ein T-Shirt drunter, weil wir haben ja jetzt nicht so wirklich Ärmel. Und das ist auch relativ weit geschnitten, wie gesagt. Das ist jetzt, ne. Ich mag immer dann lieber noch was drunter haben. Aber ansonsten ist das so, so cool. Ja. Also richtig geil. Ich muss das mal anziehen. Ich habe es, wie gesagt, noch gar nicht angehabt, muss ich sagen. Und ich würde sagen, dass ich dann vielleicht einfach mal, genau, ein Foto mit dran hänge. Jetzt packe ich das mal eben auf die Seite, weil jetzt kommt noch was zum Anziehen. Das habe ich schon anprobiert und ich sage euch, Hammer. Hammer. Wie gesagt, ich setze euch die Links in die Infobox. Diesen Pullover liebe ich. Also erst mal ist die Quali absolut gigantisch. Als das angekommen ist, dachte ich nur, oh mein Gott, das ist genau mein Ding. Das ist richtig schöner, fester Stoff. Richtig schön warm. Ich meine, der Herbst kommt. Wir haben hier drin dieses schöne Weiche. Ich liebe diesen, also ich liebe dieses Material und der ist einfach von der Größe perfekt für mich. Super genial. Was ist das für eine Größe? Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich M oder habe ich bewusst L genommen? Die M. Also es fällt auch wirklich klasse aus. Dann oft ist es so, wenn man zum Beispiel im Primark ist und man guckt nach M oder Größe 38, dann sitzt das Ding irgendwie am Bauchnabel und nee, also ich finde die Schnitte unmöglich. Das ist jetzt für eine M auch wirklich eine M. Hat eine bestimmte schöne Länge. Ich mag das nicht hier bauchfrei. Die Zeiten sind vorbei. Aber wahrscheinlich kommen die wieder. Aber der Spruch ist ja wohl total geil. Und ja, ich liebe ja Grau und ich liebe Hoodies. Also ich liebe Kapuzenpullis total. Hier haben wir eine Kängurutasche und ich finde den Pullover echt super schön. Und ich werde euch wie gesagt ein Foto machen. Also wie gesagt von der Quali auch vom Material. Das ist genau meins. Das ist richtig schön fest, nicht so dünn. Und das ist absolut meins. Da bin ich sehr, sehr, sehr erfreut, dass das so ist. Das, wenn man online bestellt, sieht man das ja immer erst. Das ist wie gesagt dünner Stoff, aber das ist ja auch eher so ein T-Shirt. Und ja, das sind die Sachen, die ich neu habe. Ich verlinke euch alles in die Infobox. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch ein kurzes Video mit dran hänge oder ein Foto, wo ich die beiden Sachen für euch anziehe. Ich werde nochmal gucken, wir müssen noch x Bis zum nächsten Mal. 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 Und zwar bei Colosseum. In diesem Sinne. Tschüss.